Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swislows, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Uri. Blut! Ich bin Fabian von Mentlen und spiele Pippin im neuen Stück der Theatergruppe Eigengewächs. Die Theatergruppe Eigengewächs besteht aus ganz vielen verschiedenen Leuten aus dem Kanton Uri, die begeistert sind, zusammen ein Musical oder ein Theater auf die Bühne zu bringen. Unsere Aufführungen präsentieren wir hier, das Altdorf im Theater Uri. Sobald die Bewegung zu schnell wird, ist die Illusion kaputt. Zur Zeit sind wir mitten in den Proben für unser neues Stück, das Musical Pippin, das wir am 13. Januar spielen. Das Musical Pippin ist eine Hommage an die Liebe und das Theater. Im Stück geht es um den Prinz Pippin, der auf die Suche geht nach dem Glück und dem Sinn von seinem Leben. Morgenrot, es ist soweit. In diesem Stück hat es viel poppige Musik, es hat Tänze und viele unerwartete Wendungen. Oh, Morgenrot! Nebst den vielen Leuten hinter und vor der Bühne unterstützt uns auch Swisslos bei der Realisierung von dem Projekt. Morgenrot war plötzlich da. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.